Es gibt ein Grund zur Party! 300 Abonnenten hier in diesem Kanal. Danke! Ihr seid wunderbare Menschen. Wir sind 300. Wahrscheinlich können wir jetzt das System und den Start stürzen. Genau, ja was habe ich gelernt in dieser Zeit, in der ich jetzt diese 300 Abonnenten gesammelt habe mit gerade einmal 70 Videos. Naja angefangen habe ich ja eigentlich mit einer Serie mit Willkommen zu Hause. Die hat eigentlich kaum jemand gesehen. Folge 1 hat jetzt irgendwie so um die dreieinhalbtausend Klicks. Die anderen, naja eher weniger. Also Probleme mit Web-Auswertungen oder Web-Serien-Auswertungen bei YouTube, die sind mir jetzt inzwischen auch bekannt. Aber auch damit habe ich noch Pläne. Das Ganze wird nochmal so eine kleine Runde nehmen. Ansonsten habe ich diesen Channel eigentlich mal gemacht, um über Filme machen, über Filme, über meinen Werdegang als Regisseur bzw. als Nachwuchsregisseur zu sprechen und andere daran teilhaben zu lassen, die sich vielleicht auf einem ähnlichen Weg befinden. Interessanterweise ist es so, dass allerdings abgesehen von meinen Videos, die ich zum Bewerbungsprozess an der HFF gemacht habe, die anderen Videos kaum jemanden interessieren. Also ich habe einige Videos gemacht, in denen ich über meine Erfahrungen und gewissermaßen Case-Studies von Filmprojekten spreche und dabei auch ein bisschen auf Inspirationen und Lehren, die man daraus erzielen kann, eingehe. Aber die Dinger dümpeln so zwischen 100 und 200 Klicks rum. Sie sind damit aber immer noch besser als meine zuletzt releasete Kritik zu der Netflix-Serie Wadget, die stand jetzt nach fast einer Woche nicht über 40 Klicks hinauskam. Das sind dann Dinge, die eher dem Algorithmus geschuldet sind, denn man kann de facto kaum ein Video produzieren, das so schlecht und so irrelevant ist, dass sich nicht mal 100 Leute finden, die da draufklicken würden. So, also, was stelle ich fest erstmal, dass ich diese verbrannte Wunderkerze wegwerfe? Dass es natürlich eben um die Suchanfragen geht, die bei YouTube zu mir führen. Das zeigen mir auch die Analysen ganz, ganz eindeutig, dass der mit Abstand größte Teil über die Suchen geht. Und wenn man natürlich jetzt Themen belegt, die entweder so speziell sind, dass sie niemanden sucht oder so überbedient sind, wie quasi Filmkritiken oder alles, was zu größeren Filmproduktionen ist, dann findet einfach keiner das entsprechende Video. Ist also blöd so. Tja, was machen wir daraus? Einen Erfolg hatte ich auf jeden Fall, das Video über Lisa Eckert. Nun ja, das hat mich sehr gefreut. Auch die zahllosen Kommentare, also weit über 100 Kommentare, gutes Verhältnis von den Likes und Dislikes, auch schön, wirklich alles super. Andererseits ist es natürlich ein Video, das auch nur im Schatten des Ruhmes von Lisa Eckert irgendjemand interessiert hat. Nun gut, aber das gönne ich mir auch mal. Ja, also das heißt, ich kann das Fazit ableiten, dass eher meine Meinung zu kulturellen, zu politischen Themen interessant zu sein scheint, also mein Kommentar, als mein fachliches Wissen oder meine Erfahrung. Das ist bitter, aber es gibt Schlimmeres. So, nun stehe ich nur vor der Herausforderung, diese Themen zu finden. Denn Trends zu durchfrosten oder die Trend-Hastags bei Twitter zu finden und darüber Videos zu machen. Ich muss ehrlich sagen, damit fühle ich mich nicht besonders wohl. Das liegt nicht daran, dass ich nicht gerne zu allem meinem Senf dazugebe, sondern eher daran, dass ich mich frage, was ich in einer solchen Breite wirklich kompetent beitragen kann. Viele journalistische Medien stellen sich diese Frage schon lange nicht mehr. Also das ist ja so ein Trend, dass aktuelle, besonders, ja, clickbait-verdächtige Themen dann auf einmal auch die Tageszeitungen dominieren. Das ist eine Katastrophe. Man muss sich das ja nochmal anschauen, welche Relevanz die Corona-Infektion von Donald Trump hat. Das ist absolut lächerlich. Ich habe jetzt mal meine Apple-News am iPhone angeschaut, einmal nach links geswiped und scheinbar ist momentan in der Welt nichts anderes los, als dass Donald Trump gerade Corona hat. So, und jetzt könnte ich natürlich direkt ein Video darüber machen. Witzigerweise tue ich es gerade indirekt. Aber ich könnte natürlich jetzt sagen, hier, das ist jetzt das Donald Trump Corona-Video. Aber was um alles in der Welt soll ich denn dazu sagen? Das hat ja nun wirklich gar nichts mit mir zu tun. Genauso wie an sich diese Corona-Thematik. Natürlich würde ich gerne ein kritisches Video über PCR-Tests machen. Aber ich habe davon nicht die geringste Ahnung. Ich kann halt nach dem Zufallsprinzip mir irgendeinen Experten suchen. Sie erscheinen mir auf beiden Seiten kompetent. Also wen soll ich auswählen? Mehr Klicks bekommen wir sicherlich, wenn ich einen PCR-Test und Corona-Kritiker dabei halt finde und mir seine Anschauung aneigne. Aber wozu braucht man mich denn noch quasi als, sagen wir, Sekundärliteratur dafür. Das ist doch, das ist ja auch Unsinn. Und so stehe ich immer wieder von dem Problem, dass ich eigentlich schon Lust habe, diese aktuellen Themen mitzunehmen. Aber es mir ein bisschen an Vielfalt fehlt. Und wenn ich jetzt natürlich sage, ich konzentriere mich auf Kunst und Kultur, dann lande ich im Endeffekt auch immer wieder beim selben Thema. Denn das Dominierende, was momentan relevant ist, ist eben diese Cancel-Culture. Also was ich eben in dieser Eckart-Video auch schon gemacht habe. Und eigentlich auch in zwei anderen Videos schon mal thematisiert habe. Aber Cancel-Culture-YouTuber zu werden, ist ja auch eine Rolle. Also dafür will ja auch niemand geboren sein. Das ist halt also Unsinn. Von daher stehe ich jetzt so ein bisschen an so einem Punkt, ich will nicht sagen am Scheideweg. Ich werde wahrscheinlich einfach so weitermachen wie bisher. Denn der Kanal wächst, der wächst nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Aber es ist authentisch. Das sind meine Themen, das sind meine Meinungen und die sollen hier einen Platz haben. Und hier und da erreichen sie ja Leute. Wenn ihr jetzt allerdings für mich, so ihr als diese kleine Community von diesen 300 wertvollen Menschen, die da draußen existiert, wenn ihr euch Themen wünscht oder das Gefühl habt, ich wäre der Richtige, um über irgendetwas zu sprechen, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Wenn ihr neu dabei seid und wodurch auch immer ihr vom Algorithmus zu mir geführt wird, dieses Video als erstes seht, dann lasst doch bitte ein Abo da. So, das sind meine Wünsche und Gedanken für heute. In dem Sinne, kommt gut in den Tag, kommt gut in die Nacht oder wo auch immer hin. Ich freue mich drauf, von euch was zu lesen. Bis dann. Achso, jetzt habe ich noch das Wichtigste vergessen. Ich bitte ja immer darum, in die Kommentare zu schreiben. Interessanterweise ist es so, dass meistens sich die Kommentare wirklich in einem sehr, sehr produktiven, konstruktiven und auch intelligenten Rahmen halten. Es gibt immer so Ausreise, naja, wie das so ist. Je mehr Leute kommentieren, desto mehr Kuriositäten sind dann auch dabei. Ich lösche in der Regel nicht. Also es gibt so ein paar Dinge, wo ich die Grenze ziehe. Also wenn es dann in einem Maße verschwörungstheoretisch wird, dass es wirklich nicht mehr auszuhalten ist. Also so alle Reptiloiden-Fans, wobei das würde ich, glaube ich, sogar stehen lassen, weil es irgendwie schon wieder so absurd ist, dass es lustig ist. Aber wenn antisemitische Kommentare kämen mit irgendwelchen zionistischen Verschwörungstheorien, ich glaube, da wäre ich dann so raus. Nichtsdestotrotz habe ich überlegt, inwiefern antworte ich auf Kommentare. Ich habe gemerkt, das macht für mich total Sinn, wenn es Fragen gibt zum Beispiel, nicht erst zu antworten, sondern direkt ein Video darüber zu machen. Das ist eine schöne Sache. Gleichzeitig war ich aber zum Beispiel bei der Kommentarflut bei dem Lisa Eckert Video völlig überfordert. Also das, was an Kommentaren und an Kommentaren, die es nach sich zog, kam, konnte ich in der Zeit überhaupt nicht bewältigen, weil ich gerade gedreht hatte. Also ich hatte gerade einen kleinen Kurzfilm-Dreh von sechs Drehtagen und in dieser Zeit hatte ich einfach weder Zeit noch einen Kopf dafür, auf Kommentare einzugehen. Gleichzeitig war es ein bisschen schade, weil ich sehr gerne dann mit den Lösern in eine Interaktion getreten wäre. Aber wenn ich Zeit finde und das ganze Sinn macht und ich glaube, es ist gut, wenn ich kommentiere, dann gehe ich auch auf die Kommentare ein oder mache auch nochmal ein Video darüber. So, das soweit als kleiner Zwischenstand bei 300 Abonnenten. Ich freue mich darauf, wie es weitergeht und freue mich darauf, wenn ihr dabei bleibt. Dankeschön.